In diesem Moment rief Maria an. In drei Tagen, am Sonntag um zwei Uhr, könnten wir die Kirche Sant'Aboncio für den Gottesdienst haben und selbstverständlich schon heute die kleine Kapelle zum Aufbahren. Agnes, ich übernehme die ganzen Kosten, also spare nicht. Danke dir, Maria, und bitte melde dich, wenn du uns brauchst. Wir haben die Schule vergessen. Natascha schlug sich auf den Kopf. Das haben wir gemacht, sagte Maximilian zu seiner Schwester. Alles in Ordnung, wir sind von der Schule befreit. Alain fragte leise und höflich, Wollen Sie nicht etwas frühstücken? Ich habe frische Brötchen besorgt, für die Kinder Kakao gekocht und für sie beide Kaffee. Sehr vernünftig, lobte Reto. Komm, Maximilian, lass uns etwas essen, bevor wir weitermachen. Sie setzten sich alle zusammen um den großen Tisch. Trotz der Schwere ging das Leben irgendwie weiter. Agnes und Reto schauten sich an mit Lob in den Augen. Das hast du großartig gemacht, Reto. Du auch, Agnes. Sie nickten sich stumm zu. Wir müssen uns den Text für die Anzeige überlegen, sagte Agnes abrupt. Wir haben nicht viel Zeit. Er muss morgen in der Zeitung stehen. Sie holte sich einen Stift und ein Blatt Papier und begann zu schreiben. Johanna und Sergio Convali, unsere Kinder und unsere Eltern, sind heimgekehrt in das Haus des Vaters. Wir Zurückgebliebenen ehren sie mit einer Abschiedsfeier in San Abondio in Gentilino am Sonntag, den 21. September um 14 Uhr. Bitte kommen Sie nicht in schwarz gekleidet. Wie findet ihr das? Das solltest du doch wissen. Du schreibst schließlich Bücher, meinte Maximilian. Glaubst du, dass sie wirklich heimgekehrt sind? Sie waren doch hier zu Hause und haben uns allein gelassen.